So, weiter geht's mit Smelta und der Rockstar Superstars. Machen wir mal die Achtigung. Ach komm mit dem Oxy. Das Rampenlicht gefällt dir wohl, du warst sehr gut beim letzten Head-to-Heads, nur weiter so. Ist der schon wieder vor Ort? Wollen wir wieder gegen ihn fahren? Okay. Na dann. 60, mit rechts sehr lang. 80, unter Brücke recht links enthalten. Leicht rechts. Mittellinks in Mittellinks. Über Beton. Leicht links. Mittel rechts. Leicht links. Über Brücke. 40. Mittellinks lang. делать bei Ausgang. 2 im … Achtzig über Beton. Sprung voll, mittell links. Unterbrücke, dann überbrücke. Fertzig. Mit rechts lang. Missziel. So, nice. Wie schön will ich denn? Mittel rechts, recht links, über Brücke, 40, mittel links lang, mittel links sehr lang, 40, Kuppe in, mittel rechts, 40, leicht links in Gebäude, leicht links bei Ausgang, Kuppe in, mittel links macht auf, 80, Überbettung, Sprung voll, mittel links, unter Brücke, dann über Brücke, 40, mittel rechts lang, bis hier. Ok, auf den Weg, dann darf ich die Zeit auf. Und so. Bis zum nächsten Mal. Tschöööö. Tschöööö. Tschöööö.